Hallo und herzlich Willkommen zu einem nächsten Gute-Laune-Film. Heute geht's an die frische Luft. Und was das Alphabet damit zu tun hat, tja, das könnt ihr jetzt anschauen. Viel Spaß dabei! Hallo! Ja, vielleicht habt ihr es heute als Familie geschafft, rauszugehen. Aber die Frage ist, was macht man draußen, wenn alle Spielplätze zu sind? Ich habe hier ein Spiel für euch. Dazu braucht ihr nichts als einen Stift, einen Zettel und gute Augen. Auf den Stift schreibt ihr einmal das Alphabet und zwar nur die Anfangsbuchstaben untereinander. A, B, C, D, E und so weiter. Und dann macht ihr euch draußen mal auf die Suche, ob ihr zu jedem Buchstaben ein Gegenstand, ein Tier oder irgendetwas anderes findet. Zum Beispiel habe ich hier ein Zweig gefunden. Z ist gar nicht so leicht, aber Zweig, das ist doch eine gute Idee. Also schreibt ihr hier bei Z Zweig hin. Und wenn ihr das Ganze voll habt, naja, dann habt ihr viel geschafft und könnt euch einen schönen Tag zu Hause machen. Ich wünsche euch viel Freude beim Spielen und bin gespannt, ob ihr zu jedem Buchstaben etwas findet. Tschüss. 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 Sch chorus. Schλε. Schle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020